Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy XVI. Dann wollen wir mal weitermachen mit der Katsune. Ähm. Das sind die Flammen der Zerstörung. Hast du bereits vergessen, wer ich bin? Was macht er denn? Ja. Vielleicht kriegst du meinen Bruder nicht. Ultima. Ups. Und jetzt? Tja. Jetzt ist er weg. Ach nein, wirklich. Ja. 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 Er muss hier sein. Er muss. Sonst sagt Quetschschlott Kupka mich. Findet Sid. Oder wollt ihr verrecken? Sid ist nicht da, du Arsch. Und du solltest gehen, Gap. Oh Mann, Gap. Der arme Gap. Gap, wir müssen hier raus. Ja. Nicht ohne das. Nicht ohne das. Sitt ist nicht unter ihnen. Schicken wir ein Stolas? Das wird nicht nötig sein. Oh Gott. Ich glaube, er war es noch nicht mal. Sitt hat sie... Mist. Wo zur Hölle steckst du, Sid? Wo zur Hölle steckst du? Er ist leider gestorben. Schon. Ja. Glaube ich zumindest. Wenn er nicht nur bewusstlos ist. Wegen dem Kristallgedöns. Die feinsten Seiten der Meisterweber von Randelach. Kommt, kommt. So fasst doch an. Warum sind wir hier? Nur von Vögeln aus Weidehaltung. Kein niedriges Fleisch alter Rennvögel. Hier, probiert mal. Ah. Sind wir gleich... Sind wir gleich ins Nächster Reich, oder wie? Salben, Wickel, Tinkturen. Na, mein werter Herr, darf es was sein? Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Etwas für eure Reiseapotheke? Vielleicht eine kühlende Salbe für wunde Füße. Dippmitleid. Verzeih, ich würde gern, aber... Habt ihr eine gute Reise. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Aber sie wurde doch nicht umsonst eingeführt, oder? Oh, so viel später. Gut, dich zu sehen, Sid. Nein. Wissen wir mehr? Die Träger sind im alten Rathaus am Stadtrand eingesperrt. Und du kannst dir wohl denken, wer sie dort hinter Schloss und Riegel hält. Hm. Kupkas Leibgarde. Eine Falle. Und nicht einmal eine besonders gute. Schon wieder? Was erhofft er sich denn davon? Ich werde sie heute noch da rausholen. Nein, das wirst du nicht tun. Unsere Mitstreiter sind nicht gestorben, damit du dir mitten im Nirgendwo die Kehle durchschneiden lässt. Du willst sie also im Stich lassen? Das hab ich nicht gesagt. Ich meinte nur, dass jemand anderes sie befreien könnte. Und wer? Verdammt nochmal. Sturköpfig wie der alte Sid, was? Ja. Ist das jetzt so eine Art Titel, oder was? Ja. Du bist jetzt Sid. Wenn ihm etwas zustößt, war's das. Hm. Naja, jetzt können wir auf einmal ohne Verkleidung hier durch. Interessant. Bitte, wir wissen von nichts. Ihr müsst uns glauben. Wir würden euch doch helfen. Aber ihr helft uns doch bereits. Wir haben doch nichts getan. Vergebt ihm, Milord. Er wollte keinen Ärger machen. Ruhe jetzt! Keine Spur von Hugo. Hm. Von dieser Falle wird er wohl genauso viel halten wie wir. Dann wird's ein Kinderspiel. Seid gnädig! Ich flehe euch an! Ist doch schwerhörig! Ihr sollt Ruhe geben! Es wird alles gut. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ist er was? Es ist er! Es ist Sid! Na komm, haut ab! Gehen wir? Deswegen hat er ihm die Kraft gegeben. Schnell! Hol Verstärkung! Die Träger? In Sicherheit! Die Macht des Blitzes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Ramus einverleibt. Das Beschwören von Ramus' Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt ihr auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Gewitter. Ein Hagel aus Blitzschlägen, der alle Gegner in der Nähe zurückwirft. Mehr Details findest du in dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Ramus' Esparkraft. Mit Ramus' Esparkrafts blinde Gerechtigkeit kannst du eine Salve Kugelblitze auf bis zu neun fixierte Ziele werfen. Die Blitze bleiben nur für eine kurze Zeit an den Zielen hängen und können durch Folgeangriffe verwendet entlahnt werden. Das war's Das war's für heute. 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 Tja. 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 Das war's für heute. Tja. 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 Ja. Ja, das glaube ich. Ja. Tja. Eine neue Heimat. Ja. Ja. Das war's für heute. Tja. 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 Ja. 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 Ei. Ich habe schon wieder Probleme mit den Kopfhörern gehabt. Ah. Ist das denn so abwegig? Also gut, beginnen wir mit der aktuellen Lage. Es ist kein Geheimnis, dass sich Eroberer und Geächtete ein Rennen um Valistea liefern. Nun, vor allem erstere. Doch letztere wollen das ändern. Nicht wahr? Ja. Na dann. Hm. 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 Kein Wunder also, dass Kaiser Silvere das Kristalldominium ins Visier nahm. Ein leichteres Ziel mit üppiger Ätherquelle. Vor fünf Jahren, während ihr euch an die Zerstörung des Kristalls machtet, rückte das Kaiserreich aus und unterwarf den bis dahin neutralen Stadtstaat. Den Ort, der von sich behaupten kann, der Nabel der Welt zu sein. Hm. Aus strategischer Sicht ideal für ein stehendes Heer. Denn von dort rückt jeder Winkel Valisteas in greifbare Nähe. Hm. Bisher hat ein Nicht-Angriffspakt Schlimmeres verhindert. Doch sollte Sanbrek ihn offenkundig brechen, wird die Welt nicht lange zögern, es dem Aggressor gleich zu tun. Die Kaiserlichen. Die Republik Dalmekia. Das Königreich von Valut. Und nicht zu vergessen, die Eisernen. Hm. Wer wird am Ende noch stehen, wenn der letzte Tropfen Blut fällt? Tja. Ich weiß zumindest, was nicht stehen wird. Die Kristalle. Du kommst aus dich, Hasia. Sorgst du dich darum? Ach. Der Himmel war schon immer dunkel über dem Dominium. Und doch, trotz allem, bestand es weiter. Und das wird es auch tun, wenn dieser Sturm vorbeigezogen ist. Na. Na. Natürlich musst du für die Lektion bezahlen. Du musst nur einen Botengang für mich ausführen. Dann sind wir quitt. Aha. Na gut. Okay. Was soll ich tun? Bring dieses Buch zu Harpo ins Archiv. Sag ihm, es war adäquat. Ah ja. Na dann, wenn es nichts weiter ist. Der Superautomhistoriker kann ohnehin nicht schaden. Ja, ne. Glaube ich auch. Ach ja. Vieles ändert sich. Aber er ist anscheinend noch da. Das ist doch mal wenigstens was Schönes, wenn welche überlebt haben. Wo doch so viele gestorben sind. Ich hoffe, er hat wenigstens was retten können. Hallo. Sehr geehrter Herr Apokrates. Also den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Manchmal vergesse ich fast, dass ich so heiße. Willkommen daheim, Clive. Wie immer sehr erfreut. Ich bringe euch ein Buch zurück. Vivian hat es durchgelesen. Und fand es gerade mal adäquat. Hm. 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 Ach. Danke trotzdem. Ich werde mich etwas umhören. Vielleicht können wir euch mehr Bücher besorgen. Es sind nicht mehr Bücher, die ich brauche, sondern die richtigen. Ja. Vielleicht suchen wir an den falschen Orten. Im Norden gibt es auch Bibliotheken. Ein guter Anhaltspunkt. Hm. Vielen Dank. Nicht viele Menschen nehmen das Gerede eines alten, verschrobenen Historikers ernst. Ach, warum auch nicht? Du bist aber anscheinend nicht zu alt, um Kuponüsse zu naschen. Er hat die Taschen voll damit. Die klaut er den Mogri. Oh. Boah. Wir wissen doch alle, es gibt keine Mogris. Ah, unten sitzt einer. Die zwei sind wohl auf? Ja. Doch sie lachen viel zu wenig für ihr Alter. Passiert. Der Tod ihrer Eltern lässt sie nicht los. Hm. Nur zeigen sie es nicht. Titan hat uns allen viel genommen. Ja. Manch einem mehr als anderen. Und so tiefe Wunden. Brauchen viel Zeit zum Verheilen. Das glaube ich. Besorgen wir dafür, dass sie diese Zeit bekommen. Das, äh, die Bibliothek hier sieht aus wie das, ähm, von Final Fantasy X, das Cockpit. Erholt euch. Von Sid Schiff. So ein bisschen. Ja, doch. Da ging's da runter und, ne, äh. Ja. Doch, das sieht genauso aus. Nur, dass man von hier dann da runter kam. Cool. Alles so gewisse Ähnlichkeiten, ha? Die Sids sind, äh, dieser, dieser Welten sind connected. Verbunden. Ah, sie hat auch überlebt. Zurück und schon löst du wieder überall Probleme. Ja, und bereite welche. Die Narbe passt zum Rest. Tja. Ich hatte dieses Mal schon so lange, dass ich vergessen hatte, wie es sich unerlebt. Wie es sich anfühlt. Ich selbst zu sein. Das verdanke ich nur dir, Tyra. Tja. Dank gebührt meinem Skalpell. Ah, und übrigens, ein Bote hat dein Brief von Gav gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Dann werden wir den gleich mal lesen. Na gut. Ich seh gleich nach. Und dann rufst du dich aus. Okay. Sag die Richtige. Ach ja, Gav. Gav hat keinen Stolas geschickt. Hm. Warst du schon bei Carons Büdchen, seit sie die neue Lieberung... Wir haben ne Truhe? Wand der Erinnerung. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Die Post. Berichte, Briefe und andere wichtige, an Clive adressierte Schriftstücke landen bei der Post. Auf diesem Tisch in seinem Zimmer. Es kommt ständig etwas Neues rein. Sieh also immer nach, wenn du zurück ins Versteck kommst. Ja, wir sind ja schließlich Sid. Mittlerweile. Ah, ja. Das Dalmekische Heer rückt bei die Chasia auf sein Breck vor. Und sogar die standende Wache wurde an die Front berufen. Ich wette, da ist was Großes im Gange. Mehr, wenn ich zurück bin. Was hat Gav geschrieben? Die Dalmeker sind auf dem Marsch. Das heißt, Randela steht unter Kupkas Schutz. Mhm. Seine Garde wird uns also vorerst keinen Ärger machen. Sie ist bei ihm in der Hauptstadt. Prohe Kunde also. Mehr oder weniger. Mehr als das. Das ist die Chance. Darauf haben wir gewartet. Nun sag schon, was du vor hast. Wir haben es so weit gebracht. Alles was wir hier haben, unsere Freunde, das Versteck. Ist das kein Grund zur Freude? Fünf Jahre. Fünf lange Jahre. Wenn ich Ifrids Kräfte erwecken könnte, hätten wir noch viel mehr erreicht. Tja. Doch irgendwas hält mich zurück, immer wenn ich nach seiner Macht greife. Eine Esper zu beschwören fordert einen hohen Tribut. Dein Körper weiß das nur allzu gut. Er versucht nur, dich vor dir selbst zu beschützen. Mhm. Währenddessen fällt die ganze Last auf dich. Ach, Quatsch. Unsere Mission hat mich dazu gebracht, alles in Frage zu stellen. Aber eine Sache ist offensichtlich geworden. Mhm. Die Kristalle nehmen mehr, als sie geben. Mhm. Für einen kleinen vergänglichen Segen erwartet uns ein Dasein voller Schmerz. Ständig Krieg. So viel Tod. Und nun? Ja. Nun rauben sie uns unsere Heimat. Und uns bleiben nur Staub und Asche. Aber. Doch du willst das ändern. Und ich will das auch. Für mich ist das keine Last. Mag sein, aber. Tja. Wir sind nur hier, weil Joshua uns eine zweite Chance gegeben hat. Mhm. Also wissen die jetzt, dass er lebt. Ja. Falls Joshua noch lebt, wird er es suchen, dieses Ding. Tja. Ob er jemals zurückkommt? Vielleicht. Das wird er. Und dann müssen wir bereit sein. Mhm. Auf eine Welt ohne Mutterkristalle. Aufsit. Aufsit. Und Joshua. Mit seiner Begleitung. Mhm. Das Ende der Welt rückt täglich näher und wir jagen hier einen Schatten. Sag, Bruder. Haben wir eine Chance? Vielleicht. Wenn wir die anderen Kristalle auch noch zerstören, kann sich das Land vielleicht wieder holen. Die Fäule zieht sich vielleicht dann zurück. Alles gut. Okay. Also, komm, wenn du soweit bist. Okay. Verstanden. Na dann. Hm. Ist in der Rast irgendwas vorgefallen? Gute Frage. Das werden wir gleich erfahren. Eiei, eiei, eiei. Schauen wir doch mal. So. Stimmt. Stimmt. Ablenkung. Seit dieser Sache. In Eastpool hat Sambrek das Herzogtum fest im Schritt gepackt. Hm. Man muss nur einen Flüchtenden gesehen haben, um als Verräter zu gelten. Überall, überall wollen sie Komplotte sehen, um dem Haus Rossfield wieder zu seiner alten Macht zu verhelfen. Und wie es aussieht, haben die Schweine jetzt die armen Träger ins Visier genommen, die zu schwach sind, sich zu wehren. Hm. Martha hat das alles natürlich sofort durchschaut. Sie hat schon erzählt, dass es immer schwerer wird, Träger aufzunehmen. Und plötzlich ist sie weg. Ja. Wenn die Kaiserlichen sie geschnappt haben, wäre das fatal. Definitiv. Ein paar Fluchbrecher sind schon auf dem Weg zur Schenkel. Sie werden dir sicher helfen können. Aber wenn die Lage so übel ist, wie ich befürchte, musst garantiert du ihnen die Ärsche retten. Keine Sorgen, Leute. Ich bringe sie alle sicher zurück. Ei, 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 ei. Wir haben ja auch noch was hier. Ups. Was ist denn das? Ach, da unten. Gehen wir mal kurz nach oben tönen. Ja, ja, alles nicht so einfach. Sitz, alte Schiffer. Mehr oder weniger. Willkommen zurück, Sitz. Jupp. Na. Hm, was ist denn? Okay. 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 Könnte man so sagen. Wenn du keinen grandiosen Plan hast, die Fäule aus dem See zu filtern, wie bei uns im Atrium, wird sich die Gülle weiter durch das Holz fressen, wie der junge Tito durch unsere Honigküchlein. Ein Pechanstrich könnte die Verwitterung vielleicht ein, zwei Monate aufhalten. Sofern wir überhaupt Pech hätten. Haben wir aber nicht. Jedenfalls nicht mehr. Der alte Kahn wird wohl kein Dutzend Fahrten mehr überstehen. Gut, Obolus. Nur deine Fähre bringt uns zum Festland. Reparieren wir sie. Nun, es freut mich, dass das wenigstens einer hier einsieht. Tja, sonst setzen wir hier fest. Hm. Hm. ... mit einer Art klebrigem Wachs überzieht, um Käfer und sonst noch was zu fangen. Das könnte die Fähre über Wasser halten. Klingt einfacher, als Baumstämme herzuschleppen. In Ordnung. Okay. Wo muss ich dann hin? Also, ne? Ah, ja. Dann reisen wir erstmal hier hin. Dann können wir erstmal pausieren. Ach, da unten. Hui! Sag doch, dass es da steil bergab geht. Ah, das sollten wir hinkriegen. Ja. Ja. Sehr gut. Okay. Ja. Sehr schön. Mehr als das wird Obolus kaum benötigen. Ich sollte zurück. Hoffe ich doch. Warte. Okay. Ach, ich hätte doch gleich... Naja. Hätte ja gleich auf die Karte gehen können. Können wir wenigstens beim Versteck speichern. Ja, natürlich sind wir hier oben. Bleib doch gleich unten. Meine Güte. Was ist daran so schwer? Jetzt müssen wir ganz wieder runterfahren. Na, komm. Werd endlich fertig mit dem Haus. Wir kommen zurück, Seid. Ju. Bitteschön. Und? Hast du das Wachs gefunden? Ja. Gefunden kann man es auch nennen. Ich hoffe, es reicht. Das riecht ja wie ein Chocobo-Arsch. Aber der Argo wird es egal sein. Mhm. Solange das Zeug ihren Kiel über den Wellen hält. Ja. So heißt dein Boot? Interessant. So hieß mein Vater. Bevor die Frauen kamen, war der Alte auch ein Fährmann. Jetzt hab ich nur noch sein Boot. Und das wird weiter segeln. Oh. Ja. Na dann. Schauen wir ja gleich speichern. Na komm. Gehen wir mal kurz hoch. Moinsen. Kommen wir eigentlich ins Büro, ne? Zweite Sekunden haben wir auch noch. Eieiei. Okay, komm. Schön. Na ja. Und dann machen wir aber am nächsten Mal weiter. So. Okay. Speichern wir mal. Ja. Na komm. Sehr schön. Gut. Würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Ne? War ja jetzt auch... Ah ja, stimmt. Wer mal Rambo für einen verleibt. Ja, das wird aber das nächste Mal wieder anzeigen, weil ich ja davor gespeichert hab. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht, unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Und so begann unsere Reise. Und so begann unsere Reise.